Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich fühle mich hier leid, kein Effekt, aber egal. Darf ich dir was wünschen? Ja, stimmt. Ich bin einer der Letzten, der aus Deutschland was machen kann. Viele Rapper sind heute noch unerfahren. Doch sie geben ihr Talent nicht auf. Aber viele haben sich auch selbst verkauft. Doch wir müssen unser Erden verleidigen. Ohne uns gegenseitig zu verleidigen. Versucht doch in einem Team zu arbeiten. Und den Stress unter euch zu begnadigen. 18 Jahre alt, aufgewachsen in Kreuzberg. Habe meine Parts jedoch nur mit Bern. Denn erst die Schlacht, die Hauptstadt Berlin. Habe nie aufgegeben, ich habe es verdient. Auf dem Thron zu steh'n, wieder weiter zu leben. Und nie mehr in meinem Leben das Schlechteste. Der kämpft weiter und klettert die Leiter nach oben. Mit vieler Beton, schau nicht auf den Boden. Wir sind die Feuer, die brennen bei uns. Die leuchtende Sterne, die niemals verkühlt. Ich sage die Wundleidenschaft, denn nur so lange. Es hat jeder gehört. Wir sind die Feuer, die brennen bei uns. Die leuchtende Sterne, die niemals verkühlt. Ich sage die Wundleidenschaft, denn nur so lange. Es hat jeder gehört. Jeder gehört. Wuh! 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 Ich mach uns auch nicht hier – auf meine Einstein! Jetzt hätten wir jetzt alle rüsst! Wuh! Ok. Oli von mir auch, liebe Grüße. Ich provier' diesen Sauhaufen etwas zusammenzu- halten. Es ist etwas schwierig , weil die machen sich über meine Nase los. Im inequalities ist es mir voll egal. Peace out! Bad! Bill! Vielen Dank.